Substanzen zu tun. Diese bedingte Zulassung ist ja erfolgt durch entsprechende Beschlüsse der Europäischen Kommission. Der erste Beschluss war ja vom 21. Dezember bezüglich Comirnaty von Pfizer-BioNTech. Dann folgte am 6. Jänner diesen Jahres der Beschluss bezüglich Moderna und dann ging es so weiter mit den anderen zwei Substanzen. Diese Beschlüsse fußen alle auf die EU-Verordnung 507 von 2006. Das ist jene spezifische Bestimmung, die ausschließlich bedingt zugelassene Arzneimittel regelt. Und bedingt zugelassene Arzneimittel sind deshalb bedingt zugelassen, weil eben wesentliche Studien für die Feststellung, deren Wirksamkeit und deren Sicherheit fehlen. In dieser